Ich kann mein Altersdruck aus der Körpertrechnung von dieser Knie und der Knie Über die Ereignung des Kindes habe ich mir bedingen lassen, dass es nichts mehr zu tun ist. Und es hat auch nichts mehr mit den einzelnen Künstler-Persönlichkeiten zu tun, sondern es war dann der Magde-Mann, der zufällig aufgewachsen ist. Und ich bin Magde-Mann und auch zufällig Künstler, als ich sagte, ich hätte meinen lassen. Ja, aber das Alter kommt noch nicht zweig. Ich hatte jetzt schon immer jung, meine Freundin war auch immer jung. Das bin ich zum Beispiel. Der ist da oben, bin ich da, oder? Ganz indirekt. Die haben sich ja alle verfolgen, aus dem ganz normalen Arten gesehen. Ich habe die dann so verändert. Wenn ich immer die Gesichter gezeigt hätte, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ah, das ist der und das ist der, dann wäre es mehr etwas über das voyeuristische Gewicht. Ich habe gesagt, der ist der nackt oder der schaut aus, das wollte ich auch nicht. Ja, ja. Ich habe die Fotos gesehen und habe mir gedacht, irgendwie können wir die korrigieren. Und dann habe ich so angefangen. Und dann bin ich sehr schnell hinein, dieses Bildhauerische fast verändert da vorne. Und das ist ja erst das eigentlich für mich interessante Frage gewesen, dass man mit dem Pinsel fast Bildhauerisch umgehen kann. Sachen ausschätzen kann. Wirklich neu formulieren kann. Das war der Teufel. Das war der Teufel.